Herzlich willkommen liebe Finanzmarkt-Welt-Community zur Ausgabe Börse Aktuell. Mein Name ist Mario Sternröng, ich bin ehemaliger Parkethändler und Daytrader und ich möchte Sie wieder mitnehmen in die Welt der Charts. In der nächsten Woche startet der Handel relativ gemächlich, denn in den USA ist Feiertag und da ist dann auch bei uns in Deutschland, wo wir die US-Triebfeder nicht dabei haben, ist auch eher etwas weniger zu erwarten, weniger Dynamik und vor allen Dingen aber auch weniger Handelsvolumen. Am Donnerstag, da wird es dann spannend, da werden nochmal einige wirtschaftliche Daten veröffentlicht in den USA und da könnte es dann für die Märkte zu Weichenstellungen kommen. Nach oben, nach unten, wir schauen es uns gleich im Chart an. Wenn Sie Lust haben auf Trading, auf Börse, Informationen um Charttechnik und so weiter, abonnieren Sie gerne meinen Kanal Mario Sternröng, ich würde mich sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt mit den Charts. Am letzten Wochenende standen wir im DAX auf diesem Niveau unter der 10.600-Punkte-Marke. Am Montag ging es dann mit einem Schlag aufwärts. 10.600 wurden überschritten und der Markt deutlich schnell angezogen. Vom Make-or-Break-Unterstützungsniveau 10.160 bis 10.250 ging es straight direkt aufwärts zum Verlaufshoch. 11.250 bis 11.300 Punkte und da hat sich der Markt erst einmal den Kopf angestoßen. Das ist üblich an so markanten Verlaufshochs. Und jetzt haben wir ein Zeichen der Stärke gesehen. Die ganze Woche ist der DAX nur seitwärts gelaufen auf relativ hohem Niveau. Wenn wir uns die Range anschauen, eigentlich hätte man erwarten können, dass wir vom Widerstand oben zurück an das Unterstützungsniveau laufen. Getreu dem Motto, the trend is your friend. Aber der Markt hält sich oben. Das heißt, es sind momentan kaum Verkäufer am Werke. Am Freitag haben wir dann einen Gap nach unten gesehen. Das war im Grunde erst einmal ein schwaches Zeichen. Und das war die Einladung für die Verkäufer, den Ball auf den Elfmeterpunkt zu legen, den Markt deutlich nach unten zu drücken. Aber sie konnten nicht verwandeln. Die Käufer sind direkt wieder auf das Spielfeld gelaufen und haben den DAX nach oben befördert. Wir haben einen Schlusskurs im Bereich oder knapp in der Nähe des Rangehochs. Und wenn wir so etwas sehen, das ist ein Zeichen der Stärke. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der nächsten Woche über diesen Widerstand nach oben ausbrechen. Und ich wurde zuletzt darum gebeten, auch mal ein paar Trading-Ideen abzugeben. Sollten wir in den nächsten Tagen, ich sage mal Montag bis Mittwoch, noch mal in dem Bereich des Tiefs vom Freitag laufen, so bis maximal 10.800, ist das für mich kurzfristiges Kaufniveau. Also möglichst, wenn wir hier noch irgendwie kleine Umkehrsignale sehen, Schatten unten und sowas, oft in die Richtung, das wäre ein Zeichen dafür, dass die Preise nicht akzeptiert würden, dass dieses Unterstützungsniveau hält, dass wir weiter eine Korrektur auf hohem Niveau sehen werden. Und dann zum Donnerstag hin, wo in den USA Zahlen veröffentlicht werden, Bruttoinlandsprodukt, wöchentliche Arbeitslosenzahlen. Und da kann ja auch wieder einiges passieren. Zuletzt tendenziell immer nach oben. Und deshalb wäre das dann eine Spekulation, um nach oben auszubrechen. Sollten wir den Ausbruch, sollten wir die Tiefs nicht noch mal erreichen, sondern irgendwie auf hohem Niveau seitwärts verlaufen, wäre eine weitere Möglichkeit, so einen Ausbruch zu handeln. Das heißt, wenn wir mal eine schöne, dicke, grüne Kerze sehen, die diesen Widerstand, die die letzten Verlaufshochs überwindet, möglichst noch begleitet mit hohem Handelsvolumen, muss nicht unbedingt sein, wäre aber schön, dann wäre das ein Zeichen, okay, auf geht's, die Seitwärtsbewegung ist verlassen und der Trend setzt sich weiter fort. Führt man den Stop-Loss knapp unter das Ausbruchsniveau setzen und kann sich hier ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis herausarbeiten. Ich gehe davon aus, dass wenn wir aus dieser Seitwärtsformation nach oben ausbrechen, haben wir die erste Hürde bei 11.600 Punkten. Da kann ich mir aber gut vorstellen, dass die auch relativ schnell überwunden wird. Vielleicht sehen wir eine kleine Reaktion nach unten. Alter Widerstand wird zur Unterstützung. Gleiches gilt natürlich für das Ausbruchsniveau. Ziele für mich im Bereich 12.000 Punkte und dann 12.200 bis 12.280. Und das ist dann für mich direkt wieder Short-Niveau. Da würde ich mich von einer Long-Position trennen und auf eine Gegenbewegung spekulieren. Das hier ist markanter Widerstand. Da wird es für die Bullen eng. Schauen wir uns als nächstes den S&P 500 an. Und hier ist das Bild noch stärker. Eigentlich sollte man, wenn man auf der Long-Seite etwa spekulieren möchte, kurzfristiger Natur muss man allerdings sagen, dann sollte man vielleicht sogar lieber den S&P 500 wählen. Die US-Märkte sind ja deutlich stärker als der DAX zum Beispiel. Und hier im S&P haben wir auch Verlaufshochs im Bereich 2,69 bis 2,984. Widerstand, Widerstand, hier Widerstand. Da haben wir uns jetzt die ganze Woche dran aufgehalten. Die Käufer picken an dieser Marke. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Vulkan. Das Magma steigt nach oben, brodelt unter der Erdoberfläche. Irgendwann wird die Erdkruste brüchig und bam, wir sehen einen Ausbruch nach oben. Vor allen Dingen, wenn wir uns auf so hohem Niveau aufhalten. Wenn wir gucken, das ist unsere breite Range. Make-or-Break-Unterstützung im Bereich 2,707 bis 3,36. Und davon sind wir momentan weit entfernt. Keine Verkäufer in Sicht, gutes Zeichen für einen möglichen Ausbruch nach oben. Auf langfristige Sicht muss ich sagen, da gilt es weiterhin, wir sind schon weit gelaufen vom Corona-Crash-Tief. Bis jetzt sind wir einfach schon weit gelaufen. Langfristige Positionen werden auf so hohen Niveaus nicht aufgebaut. Da müssen wir auf größere Rücksetzer warten. Fear of Missing Out hatte ich auch schon mal, ich glaube vor zwei Wochen hier angesprochen. Jetzt momentan kann man kurzfristige Positionen halten. Also heißt über, ich sag mal, ein, zwei, drei Wochen, um den nächsten Move nach oben hier vielleicht mitzunehmen. Und auch beim S&P gilt, ich sag mal im Bereich 2,900, da haben wir kurzfristiges Unterstützungsniveau. Das ist eher Kaufniveau. Stop-Loss sollte man dann aber auch eng drunter setzen. Denn wenn diese Korrektur, diese Seitwärtsbewegung, weil es sich weiterhin auf hohem Niveau abspielt, dann sollten wir auch nicht arg tiefere Kurse unter der 2.900-Punkte-Marke sehen. Deshalb haben wir hier die Chance, eine gute Trade-Location zu erwischen mit einem kleinen Stop-Loss. Weitere Möglichkeit, Ausbruch nach oben, ähnlich wie im DAX. Schöne, grüne, dicke, schnelle dynamische Kerze nach oben, schneller Ausbruch mit möglichst großem Handelsvolumen. Und dann haben wir Ziele im Bereich 3.080 bis 3.135 Punkt. Das ist nochmal eine markante Hürde. Das ist hier tatsächlich ein bisschen schwierig. Und dann wird die Luft nach oben immer dünner. Also je weiter wir steigen, je weiter der Trend läuft, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Umkehr sehen. Schauen wir uns den Ölpreis an und da hatten wir zuletzt auch gesagt, der alte Widerstand wurde mehrfach angelaufen. Dann aber hatte sich auch hier wieder Magma gebildet, Ausbruch nach oben. Der Widerstand wurde genommen, wurde zur Unterstützung, ist auch weiterhin Unterstützung. Dann haben wir uns dem ersten markanten Widerstandsniveau 33,30 bis 34 US-Dollar gebildet. Da sind wir knapp drüber gelaufen. Dann ist aber schon eine recht dynamische Abwärtsbewegung hier eingetreten. Erstes Zeichen, Achtung, wir sind am Widerstandsniveau. Im Öl würde ich aktuell auf längere Sicht auch nichts kaufen. Vor allen Dingen im Bereich 35,80 bis 36,40. Das markante Verlaufshoch, Gap, Widerstand, das ist für mich ein mögliches Short-Niveau. Und von der Vorgehensweise Short in diesem Bereich, wegen mir knapp drunter, vielleicht 35,50 Short-Position. Und dann Stop-Loss knapp über dem Widerstand 37,37,50. Das wäre für mich dann ein Stop-Loss. Und Kursziel haben wir 27,30 bis 28,40. Alter Widerstand wird zur markanten Unterstützung. Als nächstes schauen wir uns den Goldpreis an und hier den Future auf Stundenbasis. Und da sehen wir Seitwärtsbewegung. Die Käufer können sich immer noch nicht durchsetzen. Hier hatten wir zuletzt so ein kleines Widerstandsniveau eingezeichnet. Das wurde überschritten. Der Bollwerk Widerstand im Bereich 1780 bis 1800 wurde erreicht. Und da setzten schon wieder rechtzügige Verkäufer ein. Insgesamt müssen wir sagen, im Gold eher Seitwärtsbewegung, Range, da passiert nicht viel. Fallen wir unter 1670 bis 1690, haben wir nächste Halt im Bereich 1560, 1580 Dollar. Und da erwarte ich schon wieder eine Gegenbewegung, die wieder in Richtung 1800 führen könnte. Er ist ein Ausbruch über 1800, dürfte hier wieder magmarmäßig deutliches Potenzial und deutlichen Schub, deutlichen Kaufdruck nach oben auslösen. Schauen wir uns mal den Goldpreis, den Spotpreis an. Eben haben wir uns den Future angeschaut, jetzt schauen wir uns den Spotpreis an. Und wir sehen hier diese leicht höheren Hochs, die sich ausgebildet haben. Das ist so ein bisschen Zeichen der Schwäche. Im Spotpreis hatten wir auch wie im Future eine Range ausgebildet, Seitwärtsbewegung. Und ich erinnere nochmal daran, wann erfolgt häufig ein neuer Trend? Eben nach dem Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung. Wir haben den Ausbruch hier im Spotpreis gesehen. Aber was ist dann gekommen? Der Markt wurde direkt wieder abverkauft. Wir haben uns hier diesen leicht höheren Hochs genähert. Und dann sind direkt wieder Verkäufer in den Markt gekommen. Das wäre erst einmal nicht schlimm gewesen, wenn wir hier am alten Widerstandsniveau 1735 bis 48, wenn wir hier aufgesetzt hätten und dann den Weg weiter nach oben angetreten hätten. Haben wir aber nicht. Der Markt notiert lustlos, ist wieder zurück in die Range gefallen. Und damit für mich auch eher ein Zeichen einer einsetzenden, etwas erweiterten Seitwärtsbewegung. 1675 bis 172 ist Unterstützungsniveau, Swing Trading Kaufniveau. Ja, und aber nach oben ist der Weg auch etwas verbaut. So, liebe Freunde, die genannten Trading Ideen sind natürlich nur zu Schulungszwecken, stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Und vor allen Dingen, ihr wisst es, der Wertpapierhandel ist natürlich mit enormen Risiken verbunden. Wenn ihr auf CFDs setzt oder auf Hebelzertifikate, da ist ein Totalverlust nicht auszuschließen. Deswegen passt auf euer Risikomoneymanagement auf. Ein Prozent pro Trade darf man von seinem Depotwert in ungefähr riskieren. Ist ja so die grobe Formel. Und damit fährt man dann eigentlich auch ganz gut. Ich wünsche euch einen guten Start in die nächste Woche. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert natürlich auch gerne meinen noch kleinen Kanal Mario Steinrücken. Es würde mich sehr freuen. Wir sehen uns spätestens in der nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.